hey ho truffer finger für euch ich bin es mal wieder pink peach es geht weiter mit satisfactory ich wollte schon was anderes sagen ja wir machen da weiter wo wir gestern aufgehört haben so spiel fortsetzen auf geht's so jetzt wollen wir doch erstmal gucken drücken sie okay so stufe 0 top upgrade okay so die werkbank die haben wir ausrüstungswerkbank habe ich nicht wird für manuelle fertigung von ausrüstung verwendet und kann automatisiert werden indem erz mit einem an der eingang angeschlossenen förderband zugeführt werden werden die produzierten barren können automatisch extrahiert werden indem ein förderband an den ausgang angeschlossen wird ach du meine stromleitung zum verbinden von strommasten stromgeneratoren und fabrikgebäuden wir haben woher kriege ich strom naja sinosepper machen wir mal die ausrüstungswerkbank meilenstein so zehnmal eisenstangen die haben wir hier huch was habe ich getan ach guck mal was ist das denn was ist das congratulations you have unlocked hub feature biomass generator hub feature personal storage scanner feature copper darf ich wieder reden new equipment buildings and blue prints which can be found in workshop when built build menu and craft bench respectively neuer ausrüstungsgebäude hub upgrade construction connect buildings to a generator for power note building such as the smelter require a blueprint to be set advice automate the smelting process and use portable minors for optimal results ich habe die hälfte eh schon wieder vergessen äh ja ach ach was ist das denn schnuppelpuff ist wieder da hi och man ich bin doch voll der hunde fan das gibt's doch gar nicht so was habe ich denn da jetzt irgendwie angestellt schauen wir mal ach so strom ich nix haben strom ach da ist eine stromleitung ok das ist das stromding ja ok und wo kann ich das jetzt bitte anschließen ist ja alles schön und gut hier mit dieser stromgeschichte ok was wäre denn wenn ich das jetzt hier ja das bringt mir jetzt eigentlich nix weil ich habe gerade keine ahnung weil wo muss der strom überhaupt angeschlossen werden ich meine wer braucht schon strom wir könnten hier auch einfach einen windkraftpark bauen ne ne was ist das denn wet floor oder was ne ne geil ist hier irgendwas mit strom ne ich glaube nicht ich glaube das geht noch gar nicht weil ich keinen strom habe mal gucken was da noch so ist so zeig mal upgrade nummer zwei äh biomasse hauptsächlich als brennstoff ah dafür sind die blätter und ich dachte das wäre klopapier beton strommast ja das habe ich ja schon hatte ich den strommast schon ja schraube verstärkte eisenplatten scanner update können wir das jetzt schon machen upgrade zwei draht kann ich das schon herstellen schauen wir mal ah kupferbarren ok und dann können wir hier kabel machen das ist wahrscheinlich für die stromleitung nehme ich jetzt einfach mal an gut dass ich schon mal kupfer gestern gesammelt hatte ich verspreche mich schon wieder sorry ok ok das müsste ja jetzt erstmal reichen ok ja dann ich glaube jetzt labert die eva eva neue gebäude und blüte und blüte die 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 sieben objektiv hub upgrade conveyor belz nut nut powerpools to expand the power network for optimal results nut konstruktors are capable of constructing copious parts of which only one type at a time Errichte, was steht hier? Errichte Konstruktoren, um die Produktion einfacher Teile zu automatisieren. Errichte Strommasten, um dein Stromnetz zu erweitern. Erweitere deine Produktion für schnellere Upgrades. Äh, ja, ja, ja. Ich muss hier Captain Peach aber erstmal checken. Was ist hier eigentlich mit dem Abrisskram? Das ist einfach nur Abriss. Ich guck mal. Nein! Das wär's jetzt. Okay, dann schauen wir mal eben. Was ist denn, wenn ich jetzt... Was ist denn hier bei Upgrade... Dry. Dry. Ähm... Eisenplatte. Ich schau mal eben. 75 von diesen Eisenplatten? Das heißt, ich brauch echt Eisen? Hm, was war denn jetzt das andere? Mein mir. 75. Dann diese Kupfer. Was ist das hier? Beton. Kann ich überhaupt Beton herstellen? Weiß ich gar nicht. Ach, Beton! Ich muss mal eben checken, ob das jetzt schon reicht mit dem Beton. Was war das hier? Verstärkte Eisenplatte. Konnte ich auch herstellen, oder? Oh, ich hab wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb heute. Sorry! Eisenplatte. Verstärkte Eisenplatte. Nicht genug... Ja, okay. Wir brauchen definitiv schon mal Eisen. Und alles, was wir noch so finden. Fröhliches Farben ist Mögebeginn. Glätter. Für die Biomasse später. Ich frag mich grad, ob die Bäume an uns so nachwachsen. Ah! Was du sehen? Wart ihr nicht... Nüsse! Keine Macadamia am Start. Naja, okay. Wir sind ja auf einem Alienplaneten. Der übrigens echt nett aussieht. Meiner Meinung nach. Und da vorne ist wieder eine Blume für Healing. Und ich befürchte, ich muss gleich niesen. Hm. Gesammelt, ja. Ich bin ja auch doof, ne? Voll vergessen, dass es hier einen Scanner in dem Game gibt. Oder auch nicht. Was ist das denn? Können wir das sammeln? Was steht da? Speckpilz. Und was macht der? Speckspilz. Kann gegessen werden um zwei... Achso, auch Healing. Speckpilz. Ich hoffe, der schmeckt so, wie sich das anhört. Das gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwo Eisen sein. Ne, ne? Wer läuft wieder falsch rum? Ist in der Richtung gar nix? Habe abquält, ja. 75 Metall... Äh, Eisenplatten. Zwei verstärkte und dann diese Kabel. Ich hoffe, ich hab noch genug Kupfer. Hätte ich das gewusst? Hätte ich auch gleich in die andere Richtung laufen können. Naja, gut. Ich stell mich jetzt nicht so an. Wir können ja ein bisschen rumspringen. Hui. Was ist denn das da? Ist das ein Termitenhaufen? Ich glaube, das ist nicht so ganz so nett da. Das ist bestimmt wieder... Ne, 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 ne. Nochmal falle ich nicht drauf rein. Das ist bestimmt wieder irgendwie so ein... So ein Gaszeug. Danke. Wo soll ich noch ein sein? Da, ne? Wehe, ich bin nicht richtig. Ja, 400 Meter. Wenn ihr irgendwelche komischen Wesen seht, sagt mir bitte Bescheid. Was ist denn das da für Blumen? Äh. Ach, das... Ich weiß, ich erinnere mich. Das ist auch wieder... Ja, ist jetzt auch egal. Ja, ja, ja. Ja, da... Ja, moin. Oh, nein. Was ist das denn jetzt hier? Ach, du Scheiße. Ja, super. Nein, 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 nein. Ich bin gestorben. Ach, du heilige Makaroni. Mein ganzes Zeug ist weg. Ach, du heilige Makaroni. Lass mal raten. Ich hab da nichts reingepackt, oder? Äh. Vor allem, ich kann ja mein Zeug jetzt gar nicht wiederholen. Da komm ich doch gar nicht hin. Ich werde jetzt nicht anfangen zu rollen. Auf keinen Fall. Oh, nein. Okay, müsst ihr euch merken, wenn ihr sterbt, dann... Baut bloß als erstes hier euer Häuschen, sag ich immer jetzt einfach. Und auf keinen Fall dann diese da entlang latschen. Wenn ihr auch dort landet, wo ich bin. Nein, ich werde jetzt nicht durchdrehen. Ich werde nicht durchdrehen. Ich habe kein Healing mehr. Ja, super. Ja, super. Oh, ein bisschen kniepig. Ja, wenigstens hatte ich jetzt schon mal, äh, den Beton abgelegt. Ja, so ist das im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich komme da nicht hoch. Wieso ich nicht komme da hoch? Ach, komm schon. Das ist doch gar nicht so schwierig. Ne, keine Chance. Ich muss ja alles wieder neu sammeln. Ja, moin. Irgendwie bin ich gerade leicht frustriert. Nein, nein, jetzt habe ich schon mal Blumen. So. Eisen. Was blöd ist, ich brauche jetzt wieder Kupfer, was ich ja hatte. Nur mal so als Info. Verdammte Axt. Healing. Wir könnten wirklich mal Healing gebrauchen. Ich habe gar nichts, ne? Ach doch, die Nuss. Ich habe es vergessen. Na toll. Ich hatte. Houston, we have a problem. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Mir ist gerade was ganz Wichtiges aufgefallen. Ich habe ja nichts, um mich zu verteidigen. Wie krass ist denn das denn? Mein Werkzeug ist ja auch weg. Alter, das darf nicht wahr sein. Irgendwie bin ich jetzt gerade schockiert. Alter Schwede. Ach, Gott sei Dank. Also ich habe hier diesen Taser nicht mehr. Kupfer. Ja, das wird zu machen. Ich werde jetzt nicht holen. Nein. Das dauert jetzt hier ein bisschen. Ich hätte das ganz gerne so auf 100, damit ich ja nicht so weit wieder hinlatschen muss. Ich vermute, mein Loot, der ist ja auch noch da. Aber wie soll ich da hinkommen? Ich bin da ja irgendwie runtergefallen. Ich dachte gerade, es gäbe nichts mehr. Ja, man merkt jetzt, es ist nur kein reines Kupfer mehr, sondern noch normal. Deswegen dauert das jetzt länger mit dem Abbau. Ist ja irgendwie lobisch. Ich möchte die 100. Oh Mann ey, da spielst du gerade mal noch nicht mal eine Stunde und schon. I'm dead. So. Okay. Können wir aber wirklich aufpassen, dass diese L-Achschies mich nicht erwischen. Kann man die hier vielleicht irgendwie? So, Klopapier ist wieder am Start. Das gibt es auch gar nicht. Da muss doch da irgendwie. Das ist aber jetzt schon. Wie habe ich denn das jetzt hinbekommen? Dankeschön. Zumindest schon mal ein bisschen healing. Klopapier. Holz habe ich glaube ich auch gerade gesammelt. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn ich hier den Dünnpfiff des Lebens kriegen sollte. In dem Game. Für Toilettenpapier ist gesorgt. Ich frage mich auch gerade, diese komischen Wesen. Können die eigentlich auch in mein Zuhause eindringen? Ich hoffe ja mal nicht. Hey. Gehst du mal. So dick bin ich da auch nicht. Dankeschön. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ich fasse es nicht. Mein schöner Taser ist weg. Erst mal gucken, was hier ist. Wie war das? Ich wollte Eisen sammeln, ne? Ich glaube, ich gehe mal eben Richtung Zuhause. Jetzt nicht irgendwo mit den Blumen. Ah, nee, 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 nee. Bin ja nicht völlig bescheuert. Ich gehe jetzt nicht wieder in die Richtung von diesen Blumen da. Killer-Kommando. Nee, 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 nee. Zweimal passiert mir das jetzt nicht. Es wäre jetzt lustig. Jetzt sterbe ich schon wieder. Das sieht so schön aus, ne? Diese fliegenden Manta. Nee, 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 nee. E.T. wollen nach Hause. Schade, dass man noch nicht mal die Waffe behalten darf, wenn man stirbt. Kann man da hoch? Ach, jetzt geht das. Ja, ein bisschen Holz. Ich denke, da hinten kann ich auch gleich ein bisschen noch was farben. Da vorne, geradeaus. Eieiei. Oh, das Eisen ist, ich meine wohl. Hätte schlimmer kommen können. Naja. 14, ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Naja, wir haben Kupfer und Eisen. 30, uh. Ich brauche ja immerhin schon von diesen Eisenplatten. 75. Zwei von den Verstärkten. Das ist jetzt auch die Frage, wie viel benötigt man da. Und warum zählert man überhaupt keinen Presslufthammer? Ich stelle mir gerade vor. Ey, nee, 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 nee. Obwohl, das war jetzt gerade meine Kettensäge. Buh, 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 buh. Ich mach das jetzt einfach mal glatt auf 100. Aber nein, das geht ja nicht. Das wird nicht reichen. ASMR am Start. Aus dem Lied könnte man so ein unendliches Video machen. Das beruhigt bestimmt einige. Aber ich muss schon sagen, die Musik ist wirklich berühmt. Oh mein Gott. Mach mal 150, dann ist gut. Wir haben es gleich geschafft. Ich frag mich, ob hier irgendwann dann so ein Loch oder so entstehen würde. So. Oh mein Gott, ey. Da bin ich echt draufgegangen. Wupp. So. War auch ein erst mal Kupferbahn, ne? War ja richtig. Ja. 75 von dieser normalen Eisenplatte. Gut, dass das da oben rechts im Bild steht. Ich würde das sonst wieder vergessen. Aber ihr seht schon, ne? Wir könnten jetzt 16 Eisenplatten herstellen. 19, 20. Das steht da links. Heftig. Und wir brauchen 75. Jetzt bin ich froh, dass ich den Beton schon mal darüber gepackt hatte. Müsste ich den jetzt auch schon wieder loslatschen und den suchen. Wahnsinn. Also man merkt schon, Eisen ist hier die Number One Ressource. Komm schon, die 75 schaffen wir aber. Bitte, 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 bitte. Ich glaub, es wird knapp. 21, ja. Es wird echt knapp. Ich muss nochmal einmal zurücklaufen. Ich möchte jetzt unbedingt das neue Gebäude da haben. Okay. Bevor mir was passiert. Verstärkte Eisenplatte. Die brauchen drei von denen. Okay. Und davon brauchen wir jetzt zwei. Also, äh, äh, äh. Äh, 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 äh. So, dann brauchen wir noch diese Kabel. So. Kabel, wie viel will er? Zehn. Das packe ich da jetzt auch schon mal rein. Was ist noch davon? Er ist ja nicht schlimm. Sind wir nicht alle noch ein klein wenig Anfänger in diesem Game? Ich mein, gut, ich spiele das jetzt auch noch nicht mal eine Stunde, glaub ich. Ja, der sagt, ja, vielleicht knapp über eine Stunde. So, das sollte jetzt wohl reichen. Müsst ihr jetzt lachen, wenn ihr jetzt eins so einen, äh, Eisen-Dingsbums fehlt? Bei meinem Glück könnte das sogar sein. Okay, Eisenbahn. So, und jetzt diese... Was ist das denn? Schraube! Nee, nee. Nein! Können wir es nicht herstellen? Eisenbahn. Hat schon einen Schock bekommen. Okay. Eine können wir herstellen. 18 von 24. Eine. Brauchen wir noch ein paar Schrauben. So, haben wir jetzt zwei. Müsste eigentlich... So. Mein Gott. Juhu! Und was ist jetzt hier anders? Ich hab' ja auch ein Bettkrieg. Ich hab' ja auch ein Bettkrieg. Einen Fördermast. Drei ist ein Förderband. Ja, okay. Okay, 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 okay. Das sieht aus mit dem Totenkopf-Symbol. Das sieht doch hier schon mal ganz nett aus. Einigermaßen vernünftig. Tja, und äh, die nächste Folge wird mit Sicherheit kommen. Hab' ich mir fest vorgenommen, weil mir macht das Game wirklich viel Spaß. Und ich werd' mich da jetzt an dieser Stelle verabschieden. Macht's gut, eure Pink Peach. Und danke fürs Zuschauen. Und danke im Voraus für die netten Kommentare. Das wollte ich mir schon mal sagen. Passt auf euch auf. Wir machen doch zusammen eben Safe Game. Ja, Spaß.